Ey, was geht denn, Freunde? Nationaly am Start und herzlich willkommen jetzt zu einer Runde. Mhh, 1 vs. 1. Mit dabei ist der gute Mafuka. Ey, was geht denn, Freunde? Und natürlich ist noch ein Visitor oder wie man sowas auch nennt, oder Horstleiter mit dabei. Und zwar der gute Samix. Nicht abonnieren. Also. Für alle Leute, die ich hier gefragt habe, warum Samix tot ist, nein, er lebt noch, seht ihr? Er lebt. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, auf jeden Fall, das ist heute das, ähm, wie nennt man das? We-Match für das letzte 1-2-1-Turnier ist natürlich bestimmt irgendwo verlinkt. Oder halt auch einfach sonst irgendwo. Denn dort ist es ja nur unentschieden ausgegangen, deswegen müssen wir jetzt hier nochmal auf den genau gleichen 4 Maps spielen. Es sind nur 4, also, kurzes Video. Und Mafuka, du hast dich schon für ein Kit entschieden, das wir heute nehmen sollen. Nummer 1, Basic Kit 1. Oha, das sieht hier schon mal sehr krass aus. Schutz 3 überall drauf. Alter, Schärfe 3, was ist das? Hab ich doch gesagt? Der Junge will uns ficken. Hä, ja, nehmt euch, äh, vielleicht noch ne Rüstung raus, weil sich Eisensachen kaputt gehen. Ha, alles klar, so wie wir im letzten, oder was? Ich erinnere mich noch. Ja, gut, im letzten Mal hatte ich die Erdung halt Goldrüstung, aber... Hey, ist das ein Ungleichkeitsbogen? Dann rasiere ich mich mal, Fuka, bitte. Das ist bitter, deine Lüten über deine Hunderstadt-Bildan. Natürlich. Hallo. Was, doch, ich dachte schon mal, Fuka wäre jetzt draußen. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der Runde. Leute, da finden wir uns schon in der ersten Runde auf einer Map, die gestenzt ist. Wie alle hier. Und ich würde sagen... Von wem? Hä, bist du behindert? Hä, du hast ja jetzt mal gesagt, Playminity oder sowas, wie du es nennst. Hä, ja, würde ich sich ganz anders ausdämmen? Ja, ja, jetzt nur so ein Liga. Also, er sagt, wenn es losgeht. Also, es geht los. Und der Mindtyp-Server ist auch komplett gestemmt. Lüge, Lüge. Alter, es geht los, mehr nicht. Ich habe mit einem 3, 2, 1... Ja, ja, ich habe ja auch so gerechnet. Aber dann, sobald ich wusste, dass es so nicht ist, habe ich auch nur so gedacht, ich gönne mir... Und dann schießt er direkt oben an seiner Scheibe. Ja, es geht hier auf nichts an, wohin ich hier schieße. Irgendwie sieht das ein bisschen lame aus. Kann das sein? Das ist echt so. Das sieht wohl geil aus. Ich will auch mal wieder Pin-Win-Pay spielen. So, komm mal, fein. Jetzt sieht es überhaupt gar keine Herzen. Wie quick und voll der schlechte Aim hat. Ach so, das ist Aim, Alter. Mod-Pvp! Oh! Ich hänge am Eis fest! Ich hänge am Eis fest! Hoppa, hoppa, hoppa! Nein! Was ist das hier für ein billiges Spiel, Alter? Alter, wie macht Vuka die Kombos verteidigt? Ja, er lag, Alter! Oder ich lag? Bei mir überhaupt nicht. Ja, okay, dann. Das ist super, hier wieder so schnell. Kommt ihr das ins Internet, Junge. Nicht treffen! Der war gut, dass du nicht getroffen hast. Der ist gerade richtig schön in mich rumgelaufen. Gut, dass das Unendlichkeit ist, meine Freunde. Boah, ich hasse den Fein und Bohren. Scheiße. Sim. Epischer Kampf. ω," ифön maintaining, Blade pirmanBar", bug ... Wie du avoid zinc mi kosARちゃen Würdest du dir kurz verdrückt. Auch hier mit Gebrüüüüüüüüüüß. Schaass! Wie viele waren denn noch einincier? Zwölf. Okay, dann kann man schon mal zwei pro Runde essen. Hack halt noch mehr. Jetzt hab ich das gelackt. Ja, ich hab das gelackt. Aber nur ganz kurz. Aber nur ganz kurz, als es zu mir hingelaufen ist. Na gut. Fertig. Los. So Leute, da geht man schon die nächste Runde los. Wir versuchen nun direkt die OP-Taxi. Die Kante geklatscht, wie der letzte Wichser. Echt, das hört sich doch gut an. Loil, was hast du denn hier für Speedtech? Mäh. Oh. So, diese Map wird so schnell weggegrieft. So Leute, es steht dann wohl unentschieden. Es beginnt wir auch schon gleich. Und hier geht schon mal ein übelster Clash ab. Schon oben in den Wartel der Biest. Was ist denn, was du sagst, wenn's losgeht? Ich würd sagen, es geht auf die Plätze und fertig los. So, du da. Oh man, Nicolaas. Das ist ja wirklich so eine Cheetah nicht so. Da hab ich dich erschreckt. Ja gut, ich mach mich unsichtbar. Junge mal früher, was noch findest du unter der Erde, Alter. Richtig die Oma-Taktik, Alter. Richtig die Oma-Taktik. Oh, das ist so bitter. Shit. Oh, das ist noch bitterer. Hä, du solltest brennen. Hä, wie ihr nur so leckt? Warte. Er leckt doch gar nicht, Nico. Das ist normal, weil Minecraft DS4, dass du aus dem Feuer einfach rausrennen kannst. Nein, jetzt hab ich geleckt. Ja, in kurz. Sie denn? Oh. Los, 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 los. Wir kämpfen sehen. Ich hab das Loch nicht gefunden, das passiert mir oft das mal. Two versus Two. Genauso wie deine Mutter. Was passiert, wenn ich mich als unsichtbare Person vor der Schnellstelle? Hä? Ja, dann wird der insgesamt geblockt. Jetzt packt er nur so einen Pfeil bei mir. Ah, er hat einen Goldapfel gesnackt. Oh, ich glaub, ich glaub, ich glaub, das Buggerät zu folgen. Sicherlich nicht. Nicht so lange, wie ich boh peis. Kürz ab durch die Touranide. Ja, oder oben ist Krieger. Rock dabei. You take. Alles gut. Nein. Oh. Alles gut. Ich hab die Runde Volleyball gewonnen. Äh, ich hab die Runde Volleyball gewonnen. Ja, wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Also, ich will zeigen, wir machen die Off-Nummer-Nummer 9. Nein. Schwarz. Ja, Junge, man sagt doch so was nicht hochladen, den man verloren hat. Deswegen schneide ich ein bisschen welche Szenen raus von alten Aufnahmen, wo du gestorben bist. Danach sieht es so aus, das hätte ich gewonnen. Also heute habe ich die Runde Volleyball gewonnen. Ich würde sagen, wenn ihr weiterhin Bock habt, einfach auf diese langweiligen Maps von Samix, weil er E-K-9 dazu baut, dann schreibt es einfach unten in den Kommentaren und dann wird beim nächsten Mal echt nochmal ein Match gegen Samix gemacht, dass ich auf jeden Fall gewinnen kann. Nicht. Und ich würde sagen, Leute, Vielen Dank, dass ihr hier zugeschaut habt. Bis dahin, Freunde. Danke auch an die Gäste. Nicht unten verlinkt. Tschüss. Moorstrafter. Tschüss. Bäh. Nein. Was hast du gemacht? Untertitelung des ZDF, 2020